Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Im Namen von Deidre begrüße ich euch herzlich hier zur ersten Bürgerversammlung der Gajaner. Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Vor allem freue ich mich, dass ihr so intensiv diskutiert habt, viele Vorschläge gemacht habt. Spannende Vorschläge, die sich ja auch kontrovers bewertet werden. Bevor wir gleich zur Abstimmung dieser Fragen kommen, möchte ich noch zwei, drei Grundsatzanmerkungen machen, weil es für viele von uns ja auch das erste Mal ist. Da gibt es vielleicht hier und da noch Missverständnisse, was möglich ist und wie das Ganze funktionieren soll. Als erstes, bitte seid möglichst konkret, was eure Vorschläge betrifft. Also es nützt wenig jetzt so allgemeine Äußerungen darüber zu schreiben, wie ihr euch die Gesellschaft vorstellt. Ja, wenn das nicht zu einem ganz konkreten, also das könnt ihr natürlich auch machen, aber erwartet da jetzt keinen konkreten Abstimmungsvorschlag heraus. Ihr wisst, ihr schaut, was ist möglich, was kann man machen und macht entsprechende Vorschläge. Und das ist der nächste Punkt beim Thema konkret. Bitte nicht so, ja, wie soll ich sagen, Vorschläge formulieren. Man könnte das oder man könnte das. Vielleicht wäre das auch gut. Stellt euch vor, ihr seid ein Bürger und wir wollen etwas durchsetzen oder zwei, drei Punkte durchsetzen. Das heißt, ihr müsst einen Antrag stellen und sagen, das und das soll eingeführt werden. Das und das soll gemacht werden. Bewegt euch nicht auf der Meta-Ebene. Das ist jetzt nicht eure Rolle. Ihr seid konkreter Bürger und wollt irgendwas erreichen. Also ein, zwei, drei konkrete Umsetzungspunkte als Antrag formulieren. Dann nicht unbedingt das formulieren, was ihr nicht wollt. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber das werde ich natürlich nicht zur Abstimmung stellen. Wenn ihr etwas nicht wollt, dann stimmt einfach mit Nein oder dann erwähnt es gar nicht. Dann wird es auch gar nicht zur Abstimmung gestellt. Dann keine Einzelbauprojekte. Nicht so kleinteilig denken. Wir werden hier nur so über Grundsatzfragen abstimmen. Also keine Ahnung, ob wir Sensoren bauen, wo wir sie bauen. Das spielt bei diesen Abstimmungen jetzt keine Rolle. Das ist Regierungshandeln. Das werden wir nicht diskutieren. So, dann ist ganz wichtig, es gibt einige, die das Spiel sehr, sehr gut kennen und wissen schon, was kommen wird, worauf manche Dinge hinauslaufen werden. Bitte lasst euch davon nicht beeinflussen. Und vor allem, diese Dinge werden wir hundertprozentig nicht jetzt schon abstimmen. Also wir werden jetzt noch nicht über Politiken abstimmen, die irgendwann mal kommen oder über Technologien, ob wir irgendwelche Bomben einsetzen. All das spielt natürlich erst eine Rolle, wenn wir es können. Also bezieht eure Vorschläge immer konkret auf das, was jetzt möglich ist. Ja, und dann im Grundsatz, Grundsatzanmerkung, versucht mehr oder was heißt mehr, also wichtig so ein bisschen der rollenspielerische Ansatz dabei. Wie gesagt, versucht so eine Perspektive eines Bürgers dieser jungen Kolonie einzunehmen. Und die Spielmechanik kann natürlich nicht außer Acht gelassen werden, aber sie sollte vielleicht nicht immer im Vordergrund stehen. Wenn wir, wenn wir hier MinMaxing betreiben wollen oder wenn ich das betreiben wollen würde, dann machen diese Abstimmungen keinen Sinn, weil für MinMaxing, da braucht man nicht abstimmen, da kann man sich vielleicht ein paar Tipps holen und dann versucht man optimiert zu spielen. Aber das ist nicht Sinn der Sache. Wir wollen die Geschichte einer gemeinsamen Gesellschaft erleben. Und wenn die aufgrund unserer Entscheidungen untergeht, ja, dann ist es auch so. Dann war das eben unsere Geschichte und sie war mit Sicherheit auch spannend. Also das als grundsätzliche Vorbemerkung dazu. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Punkten. Wichtig, den Link zur Abstimmung findet ihr in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. So, wir starten mit einer der wichtigsten Fragen vielleicht schon, nämlich das Thema politische Veränderungen. Es gibt den Eintrag, die Polizei auszubauen, so würde ich es mal formulieren, die Befugnisse der Polizei ausbauen, sprich einen Polizeistaat einzuführen. Was hat das für Änderungen? Will ich kurz erläutern. Das kostet erstmal, die Einsetzung kostet ein bisschen Energie, 32 können wir uns leisten. Was als Auswirkungen? Wir sinken von Effizienz plus 2 auf 0. Das führt dazu, dass wir etwas ineffizienter hier unsere Wirtschaftsleistungen verteilen können. Wenn wir es so machen, verliehen wir etwas an Forschung. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, wir gehen von Unterstützung 0 auf Unterstützung 2. Das bedeutet, anstatt zwei kostenlosen Einheiten pro Basis, haben wir dann vier kostenlose Einheiten pro Basis. Ja, sodass wir einfach mehr Einheiten haben können, flexibler sind in dem, was wir machen können, in allen möglichen Varianten. Und wir gehen von Polizei minus 1 auf Polizei plus 1, was dazu führt, dass wir statt einer Militäreinheit zwei Militäreinheiten als Polizei einsetzen können in den Basen, sodass wir mit den Drohnen besser umgehen können. Unter uns sind natürlich keine Drohnen. Ich spreche von diesen Faulenzern, die sich weigern zu arbeiten. Ja, also das wäre der Vorteil. Spannende Frage. Ja oder nein? Ganz klar ist, das will ich schon mal sagen, das ist eine Art Verfassungsgrundsatz. Falls euch sowas nicht behakt, wir werden nicht schon in der nächsten Debatte das wieder abstimmen, das zurückzuholen. Es muss mindestens eine Debatte Pause sein, ehe man Dinge, die man eingeführt hat, wieder verändern kann. Aber natürlich ist Veränderung auch in Zukunft möglich. Und das ist der zweite Verfassungsgrundsatz, den ich jetzt schon mal einführe. Das sind Deidreys Anweisungen, müsst ihr wissen. Wir werden niemals in einer Debatte zwei politische Dinge gleichzeitig abstimmen. Das ist, weil es einfach eine besondere Ebene ist, auf der wir uns dort bewegen, was die Entscheidung betrifft. Okay, das ist der erste Punkt. Wir kommen zum zweiten. Soll das erste Gebäude jeder Stadt eine Recyclinganlage sein? Oder Recyclingtank heißt das, glaube ich. Wir gehen nochmal rein. Das war eine Forderung. Ich nenne sie die Recyclinginitiative. Sie bringt uns Bonusressourcen auf die Basis. Das ist, ich glaube, plus eins Nahrung, plus eins Mineralien, plus eins Energie. Ja oder nein? Dann kommen wir zu einem heiß diskutierten Themenkomplex. Nämlich, wie sollen wir eigentlich mit der Flora und gewissermaßen auch mit der Fauna des Planeten umgehen? Also, wie gehen wir mit dem Fungus um? Schützen wir ihn oder nicht? Oder Wälder oder nicht? Da gibt es jetzt einige Vorschläge, die sehr weitgehend sind, aber auch sehr interessant sind. Das erste ist, soll der Fungus geschützt werden? Und nur im Ausnahmefall, zum Beispiel für Basengründung und für den Straßenbau, das sind für mich die zwei wesentlichen Ausnahmefälle in diesem Fall, entfernt werden. Ich nenne es das Fungusschutzgesetz. Ja oder nein? Dazu muss man sagen, vielleicht mal grundsätzlich, der Fungus bringt uns im Moment, wisst ihr ja, zwei Nahrung. Das sehen wir hier ganz gut. Und zukünftig ist es so, dass der Fungus auch für uns aufgrund von Forschungsentwicklung noch nutzbarer werden kann. Und es ist sogar möglich, dass wir später den Fungus sogar noch ausbauen können. Aber klar, der Fungus behindert uns auch in gewisser Weise. Also, das hat alles Vor- und Nachteile. Kann man sich überlegen. Also, Fungusschutzgesetz, ja oder nein? Wenn nicht, dann werden wir natürlich flexibel den Fungus auch entfernen, wo er uns stört. Das heißt aber nicht, dass wir ihn komplett entfernen, logischerweise. Hier geht es also um den dezidierten Schutz. Punkt vier. Soll für jeden entfernten Fungus, egal ob jetzt Schutzgesetz oder nicht, ein Waldfeld gepflanzt werden? Das ist das sogenannte Renaturierungsgesetz. Ja oder nein? Fünfte Frage. Sollen so viel wie möglich irdische Wälder gepflanzt werden? Ich nenne es das Aufforstungsgesetz. Ja oder nein? Das war insofern heiß umstritten, weil es einige Stimmen gab, die sagten, dass die irdische Natur hier vielleicht den Planeten durcheinanderbringt oder den Fungus verdrängt oder sonst was macht. Also, das ist auch eine interessante Frage. Ja oder nein? Punkt sechs. Soll es ein Bergbauverbot geben? Ich nenne es das Bergbauverbotsgesetz. Das heißt, wenn das beschlossen wird, werden wir keine Minen mehr bauen, sondern müssen uns dann auf das berufen, was wir hier noch finden, so an Mineralien, Funden, beziehungsweise auf Wälder. Das könnte in Kontrast stehen mit dem, ja, nee, da haben wir gar nichts. Nee, im Kontrast steht das gar nichts. Okay, also Bergbauverbotsgesetz. Ja oder nein? Nein, es gibt Minen, es gibt auch später noch gravierende Bohrlöcher, nenne ich sie mal, die noch stärker eingreifen. Dieses Verbot gilt dann allgemein. Siebtens, das ist auch ein sehr interessanter Vorschlag, soll die Zahl der Former beschränkt werden auf ein Former für zwei Basen. Das sogenannte Formerkontrollgesetz. Ja, das beschränkt also nicht im Prinzip das, was wir machen sollen und wollen und können, sondern nur, wie oft wir es machen können. Das betrifft dann natürlich alles, Straßenbau und Wald und was auch immer jetzt möglich ist. Das Formerkontrollgesetz, ja oder nein? Punkt acht. Sollen menschliche Einheiten das Betreten des Fungus, soweit es geht, vermeiden? Auch interessant. Also wollen wir das unangetastet lassen. Das bedeutet natürlich zu einem gewissen Grade zu verzichten auf die Spezialfähigkeit der Gaiane, nämlich diese Psychoviren zu kontrollieren und einzufangen. Das geht wohl auch, wenn Psychoviren sich durch den Fungus bewegen. Damit kann man die wohl auch wiederum kontrollieren und einfangen, wäre dann aber beschränkt. Ja oder nein? Fungusabregelungsgesetz. Neuntens. Das ist gewissermaßen das Gegenteil. Sollen zwei Einheiten dauerhaft den Fungus durchkämmen, um Psychoviren aufzufinden? Ich nenne es das Psychoviren-Kontaktprogramm. Ja oder nein? Zehnte Frage. Soll ein Geheimprojekt gestartet werden? Ein Geheimprojekt sind diese Wunder, die sehr, sehr kostenintensiv sind, auch lange dauern. Und da gibt es zwei Vorschläge, die gucken wir uns jetzt mal an. Der erste Vorschlag ist, das Wetterparadigma zu machen. Erhöht die Terraforming-Geschwindigkeit um 50% außer Fungus entfernen. Und wir dürfen Kondensatoren, Bohrlöcher und Berge aufbauen, einebenen. Bohrlöcher und Berge aufbauen, einebenen würde ich jetzt auf keinen Fall nutzen. Das ist nochmal ein gravierender Eingriff. Darüber muss später abgestimmt werden. Kondensatoren ist, ja, die erhöhen den Niederschlag, bringen zusätzlich Nahrung. Aber das betrifft natürlich auch Straßenbau, Wälderpflanzen. Das sind, glaube ich, die wesentlichen Sachen, wo das Wetterparadigma hilft. Ist aber natürlich teuer, dauert lange zu bauen. Soll erstmal grundsätzlich das, was gestartet werden, ja oder nein? Und wenn ja, das ist nämlich das nächste, Punkt 11, also entweder Wetterparadigma oder... Zweiter Vorschlag war das Kommandonetzwerk, was uns ein Kommandozentrum auf jeder Basis beschert. Geht also in Richtung Militärschutz, repariert beschädigte Bodeneinheiten und Bodeneinheiten erhalten, zwei Moralaufwertungen, das in jeder Basis. Also, da könnt ihr euch entscheiden, wenn ja gestimmt wurde, dann dies oder das. Frage 12. Was soll unsere Forschungspriorität sein? Das werde ich jetzt, glaube ich, in jeder Abstimmung machen, dass es einfach da so eine Art Stimmungsbild gibt, eurerseits. Entdecken, forschen, bauen oder kämpfen. Ihr könnt ein oder zwei Antworten geben, wenn euch zwei Sachen wichtig sind. Und dann werde ich das entsprechend, ja, des Ergebnisses abwägen und da dann zu einer Entscheidung und Umsetzung kommen. Punkt 13, jetzt kommen wir zu den Benennungen und da würde ich grundsätzlich noch was vorweg schieben. Ich möchte, und das ist einfach jetzt meine Entscheidung, auf aktuelle Bezüge, auf politische Bezüge, auf zu enge irdische Bezüge verzichten. Das finde ich irgendwie unpassend und ebenso möchte ich verzichten auf Verweise auf andere fiktionale Welten. Mal abgesehen von menschlicher Mythologie oder griechischer Mythologie, das finde ich so weit weg, dass es okay ist. Aber alles andere gefällt mir persönlich nicht. Außerdem bevorzugen wir, weil wir jetzt ja hier Deutsch miteinander sprechen, dann auch deutsche Namen. Das ist ja egal, ob wir im Wesentlichen Ausnahmen bestätigen, die Regel. Aber wir müssen jetzt hier nicht durchgehend das Englisch machen. So, das vorweggestellt und jetzt eine Grundsatzfrage. Soll es eine einheitliche Benennungssystematik für unsere Basen geben, das ist jetzt wichtig, oder wollen wir die Basen bunt gemischt, wie es uns kommt, benennen? Ja oder nein, das ist die erste Grundsatzentscheidung bezüglich Benennung. Wenn ihr hier Ja sagt, nach welcher Ordnung wollen wir die Basen benennen? Und zwar gibt es verschiedene Vorschläge, folgendes steht zur Auswahl. Blumen, Blumenthematik, menschlicher Körper, also Gaias Kopf, Gaias Herz, Gaias Aorta, was weiß ich, Gaias Lunge, Gaias Fußnägel oder so eine Geschichten. So könnte man das machen. Soll es nach der griechischen Mythologie gehen? Nach Bäumen, weibliche Göttinnen oder Pilze? Was ist die Systematik der Benennung? Das könnt ihr entscheiden. Wird relevant, wenn Frage 13 mit Ja beantwortet ist. So, wenn Frage 13 mit Nein beantwortet wird, also keine allgemeine Benennungssystematik, dann möchte ich gerne über Gaia 01 gesondert abstimmen. Und hier gab es folgende Vorschläge. Soll Gaia 01 Gaia heißen, Gaias Hain, Gaias Hort, Gaias Born, Kiefernhain, Liebeshain oder die Quelle. Das sind die Varianten. Und für die restlichen habe ich noch ein paar mehr Vorschläge dann aufgegriffen. Bei den Eben-Sachen gibt es immer ein bis zwei Möglichkeiten. Jetzt ein bis drei Antwortmöglichkeiten. Pappelgrund, Blütenhain, Waldesruh, Lebensquelle, Ebora, Aldora, Glenemroth, Baumgarten, Grunfried. Das würde ich dann verteilen auf die anderen drei bis vier Basen, die wir dann haben werden. Ja, und das war's. Das waren die ersten Debatten. Die Optionen werden vielfältiger werden. Aber ich finde schon jetzt ist da einiges Spannendes dabei, über das man trefflich diskutieren kann. Ich bin gespannt. Ihr findet die Deadline der Abstimmung, findet ihr noch in den Infos. Und dann werde ich dann zum Beginn der nächsten Staffel das Ganze auswerten und entsprechend umsetzen. Also viel Spaß und stimmt verantwortungsvoll ab. Bis dahin macht's gut. Euer Steinballen.